Hallihallo Leute, es geht weiter mit Murdered Soul Suspect. Wir haben ja das letzte Mal hier in diesem Haus die Dämonenplage beseitigt und sind jetzt auf der Suche nach dem Glockenmörder und müssen schauen, ob er sich noch hier in diesem Gebäude befindet oder ob er schon das Weite gesucht hat. Okay, ich dachte da hinten, diese Figur da, diese Versteckenfigur wäre eher, also der Glockenmörder. Sammeln. Plakette der Kolonialküche. Der kleine Küchenbereich im Haus wurde von Dienern zur Zubereitung von Tee genutzt, aber nicht für Hauptmahlzeiten. Diese wurden von Sklaven aufgrund der Gefahr von Küchenfeuern in Kolonialzeiten in einer separaten Küche zubereitet. Die Feuergefahr war sehr real und verbreitet. Das Haus sah in seiner Zeit vermutlich ein halbes Dutzend verschiedener Küchen und keine steht heute noch auf dem Grundstück. Ah, okay. Okidoki. Ah, hier ist wieder was zum Enthüllen. Sechs Stück noch. Und da ist auch noch einer. Fünf Stück noch. Ich will das zwar immer alles finden, aber ich will nicht immer dann nochmal das halbe Haus durchsuchen müssen, um was zu finden. Deswegen gibt es dann leider diese Bonus-Geschichten hier nicht. Aber ich hoffe mal, dass ich da vielleicht nochmal zurück kann. Oder wenn auch nicht, dann habe ich Pech gehabt. Okay. Da geht es noch durch. Da kann man doch bestimmt durch-teleportieren, ja? Jawohl, da kann man durch-teleportieren. Streit mit Ronan Manchmal kann dieser Mann ein unsensibles Monster sein. Ich weiß, die Arbeit stresst ihn, aber das Zuhause ist der Ort, an dem man all das loslässt. Morgen wird es wieder besser sein, ich weiß. Aber für jetzt will ich nicht mehr daran denken. Ja, ganz normale Alltagsproblemchen, will ich das mal nennen. Okay. Gut, teleportieren wir mal wieder durch. Genau. Okay, 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 okay. Ich glaube, ich muss hier lang. Ach nee, nicht schon wieder, Leute. Also ich glaube, wir... Vier Dämonen? Vier? Also jetzt würde ich sagen, wir haben Gewissheit, dass wir langsam aber sicher aufs Ende des Spiels zu steuern, denn ein klassisches Szenario für Spielentwickler ist, am Ende des Spiels einfach die Anzahl der Feinde vergrößern. So ist das. Ach komm. Und jetzt? Kann ich dem einen dann einfach anfallen von hinten? Oder muss ich das subtiler vorgehen? Ich muss subtiler vorgehen. Okay, die zwei sind hier in einem Raum. Das ist auch lustig, verstecken. Und es ist kein einziger Platz da, wo ich mich verstecken kann. Also das mit diesen Dämonen hier jetzt, nachdem ich ja die anderen zwei schon erledigt habe, das würde ich jetzt mal als überaus überflüssig bezeichnen. Komme ich da durch? Nein, da komme ich gar nicht durch. Das ist ein anderer Trakt. Ach, ich kann die anderen erst gar nicht mehr zugreifen, äh, herfallen, meine ich. Ja, was mache ich jetzt? Wie komme ich da jetzt durch? Da komme ich nicht raus. Habe ich Chancen, dass ich da dann irgendwie noch durchkomme? Von der Seite? Ja, vielleicht. Da. Da hängen tote Ratten an der Decke. Oder? Tote Ratten. Wie ist denn der drauf? Ach, ach, da kann ich gar nicht durch, durch die Wand. Hm, 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 hm. Da kann ich auch nicht durch. Ach, haje. Ah, ne, von der Seite kann ich also nicht. Ah, das ist ja geschickt gemacht. Ich habe nur diesen einen Weg. Nur und ausschließlich diese eine Option. Es wird lustig, Leute. Es wird sowas von lustig. Weil die Raben sind nämlich da drüben. Und die können ja ich von hier aus nicht antriggern, ist ja klar. Jetzt muss ich genau gucken, wie die sich bewegen, weil sonst wird das nichts. Äh. Äh. Ja, aber ich muss den da links als erstes nehmen. Und was macht der rechte da? Okay, der kommt gleich wieder zurück. Das heißt, den muss ich erledigen, während der andere weggeht. Und zwar wird es das sein, wenn der linke nach links geht. Oder? Oder laufen die nicht mehr, nicht mehr synchron, also, sondern irgendwie ein bisschen, immer ein bisschen versetzt. Das könnte natürlich auch sein. Denn wenn ich jetzt darauf warte, dass der hier weggeht, dann... Nein. Nein, 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 nein. Das wäre ja jetzt knapp geworden. Oh, 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 oh. Das hätte ich jetzt nicht geschafft. Ja, die laufen... Versetzt. Hm. Da muss ich jetzt abwarten, bis die... Ja, die Laufrichtungen der beiden für mich passend funktioniert. Zusammen funktioniert. Jetzt noch nicht, nein. Jetzt. Ah, komm, ich war zu langsam. Okay, der hat sich gleich wieder verkrümelt. Okay. Aber ich glaube, das war jetzt mal schon der richtige Ansatz. Um zumindest den ersten hier zu erledigen. Aber das heißt jetzt wieder warten. Bis die richtige Gelegenheit da ist. Und die anderen zwei da hinten... Oh, die anderen drei da hinten, da habe ich noch keine Reihe. Das läuft jetzt so nicht. Ja, das wird so ein Multipart-Kampf schon klar. Und zwischendrin speichert er natürlich nicht. Das heißt, ich muss es am Stück machen. Ich muss alle vier am Stück erledigen. Hm, 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 hm. Vielleicht jetzt wieder... Vielleicht jetzt wieder... Vielleicht habe ich jetzt die Chance. Ja, vielleicht. Nein, nicht ganz. Erst wenn der sich... Der rechte sich wieder wegdreht. Jetzt. Oh, das war knapp. Dich habe ich. Und nichts wie weg hier. Bevor es der andere merkt. Uh. Okay. Okay. Da waren es nur noch drei. Ich habe das ein bisschen Sorge, wenn ich da durchlaufe. Muss ich dem wahrscheinlich hinterherlaufen, oder? Oder läuft der jetzt von mir weg? Das wäre natürlich auch super. Ne, der läuft auf mich zu. Jetzt schauen wir mal, wie der nochmal ganz genau läuft. Jetzt läuft er dann nach rechts. Jawohl. Hat nicht gemerkt, dass sein Kumpel nicht mehr da ist. Jetzt kommt er wieder zurück. Aber ich glaube, der läuft so am Dreieck. Das ist gar nicht gut für mich. Ach, da hätte ich Verstecke. Sehe ich das richtig? Da hätte ich Verstecke. Moment mal. Moment mal. Jetzt muss ich mal wieder warten, bis der wegläuft. Ah, okay. Da habe ich ihn gerade verschminken sehen. Hier sind Verstecke. Oh. Ah, okay. Da sind jetzt hier... Da habe ich jetzt den anderen im Visier. Den da neben mich. Wo ist der dritte? Ach, da ist noch einer. Gut, ich nehme doch den rechts, wenn er von mir wegläuft. Ich meine, vielleicht habe ich ja da Chancen. Weil die scheinen hier jetzt nicht in diesen Gang reinzukommen. Ich versuche das mal. Oh, fuck. Aber das war schon nicht schlecht, wenn ich die Tastenkombination mal wieder hinbekommen hätte. Habe ich aber nicht. Versuchen wir es nochmal. Jetzt habe ich dich. Wow. Ganz cool. Weglaufen. Rown, aber ganz klar. Ja, Leute. Zwei von vier habe ich. Ich muss eine Pause machen. Ich bin echt, mein Adrenalinspiegel ist auf, ich weiß nicht, wie die Skala lautet, 5000 hoch. Also ich brauche jetzt echt eine Pause, mache einen Cut und erledige dann hoffentlich die anderen beiden Dämonen in der nächsten Folge. Also, bis dann. Ciao.